Was geht Freunde, euer Lieblingshut, Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel, die 24 Stunden sind rum und ich hab mich ein bisschen vorbereitet, schaut euch das mal an, hier, drei Stacks an TNT, ich nehm die schon mal raus, denn Timmy wurde nicht rausgerückt, das heißt, ich, ähm, ja, plan da jetzt mal was, Snoopy weiß auch anscheinend, wo die sind, deswegen schreibe ich mal kurz, dass er mir zeigen kann, wo die sich gerade verstecken oder so, weil Snoopy kennt deren Standort gerade von Timmy und Muni, also da Siu und so und Pisch, da sind anscheinend nicht da, Snoopy, Snoopy, wo bist du, Kiro, wo bist du, ja, hier, du weißt, wo die sind, ja, ja, ich weiß ganz genau, wo die sind, ich hab alles beobachtet, Muni und Timmy wollen jetzt irgendeine Scheiße da abziehen, wir müssen schnell hin, die sind bei Muni raus, was wollen die abziehen, Bro, was denn, du musst zuhören, ich glaub, die sprechen das noch, aber ich sag dir so, wie es ist, Bro, die haben richtig Pläne vor, gegen uns, gegen uns, ja, ja, das dachte ich mir schon fast, was sind, Zu Moody's Haus, Alter, jetzt geht's ab, wir lauschen erst mal ein bisschen, was sie sagen und dann, ich will wissen, was da los ist Leise, 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 leise Wer läuft da, wer läuft da Was, Song Was macht der Okay, und ich fang an. Eins und zwei und drei und vier Bro, was macht er? Ist das peinlich, Digga? Was ist peinlich? Warte mal, warte mal, warte mal Ach, Digga Hä, sie testet sich, schreibt mir, Bro Warum schreibt mir sie testet sich jetzt auf einmal? Wo sind die? Ey! Was ziehst du dir für eine peinliche Show ab, Alter? Ich hab euch jetzt endlich gefunden Was für ein Liebesong Weißt du, wo du hingehörst, ins Gefängnis, da muss ihr ausgebrochen sein Ich hab euch endlich wieder Bro, was für nicht königshaft, Alter Was wollt ihr jetzt hier alle? Timmy, ich sag dir ganz ehrlich, die 24 Stunden sind vorbei Hä? Checkst du nicht? Aber wie hast du uns gefunden, ey? Bro, wegen deinem hässlichen Gesang Du hast Delfine 2000 Kilometer umgebracht mit deinem hässlichen Gesang Ey! Da war der So Entweder ihr kommt jetzt wieder mit ins Gefängnis, oder Alter, nicht mehr Munis Haus, du Blödmann Ich hab gesagt, 24 Stunden, sonst ist die komplette Mädchenstadt weg Und die Schattenkrieger-Base Ihr könnt euch jetzt entscheiden Kämpfen, weißt du was? Ich werd Muni einfach die ganze Zeit killen Ich will nicht gegen dich kämpfen Bro, das wirst du nicht machen Doch, richtig Richtig Ich werd das machen Sie kann überall hinrennen, wo sie will Dann wirst du sie auch nicht mehr haben Du bist kein Höllkrieger mehr, du bist ein Noobkrieger, Alter Ja, genau, richtig Richtig, Alter Ja, ja, klar Ich meinte, komm Hey, Muni, wo bist du? Suppi, Suppi, Suppi Nein Suppi, schau wo, schau wo Muni ist, hol Muni Ja, okay, Schussi, Schussi, Schussi Nein, 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 wo ist Muni? Im schlimmsten Fall kill sie Ey, lass Muni in Ruhe und lass das Haus in Ruhe Ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt, Timmy Ergib dich einfach Ihr kommt wieder mit ins Gefängnis Was ist das für komische Ausrüstung? Das ist ja alles voll rot Ja, richtig Richtig, ich bin ins Schlachten gezogen Ich bin nämlich einfach ein schwarzer Höllkrieger-König Und du bist ein Fake Du bist das, was aus dem Feil holt Okay, du gehst fliegen, tschüss Ey, hör auf den Weg, Junge Mit deinem fake Höllkrieger-Outfit, Alter Ich sag dir, Alter, das sieht total knackig aus, Alter Das sieht aus wie München, als ich schlachtet wurde Ey, ich halt doch gerade gar keinen Spiegel rauf Wie redest du gerade? Ich sag, das alles eiferspeichend Und wenn er kommt, dann gezählt dich ja Ja, er kommt, er kommt, er kommt Oh, oh, oh Wo ist Moni? Sag mir sofort, wo Moni ist, Alter Snoopy wird sie finden Ich würde lieber wirklich an deiner Stelle mich mal ergeben Und wieder ins Gefängnis zurück Bro, Moni hat mich mal Retherite an Das ist das Reste, was ich hier mache Ja, richtig, richtig Also, willst du noch weiter Fitner machen? Nein, pass auf Ich hab hier genug TNT, guck mal Ey, hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit Ich sag dir ehrlich, pass auf Du hast TNT, alles schön und gut Richtig Ja, du hast meinen Schwachpunkt, hast du jetzt herausgefunden Ja, richtig Aber auch nur, weil dieser blöde Stickstar war und mich genervt hat, ey Pass auf Ich geh wieder ins Gefängnis rein Ah, sehr gut Und dass du das Haus in Ruhe lässt Und dass du Moni auch in Ruhe lässt Ja Ja, Moni werde ich auch wieder zu dir bringen Also, ihr werdet für immer zusammen sein Bro, so eklig So eklig, Alter Ich sag dir ehrlich, du bist kein Höllenkrieger Du bist ein Nubkrieger Ja, genau So schaut's aus Ja, bist du auch Du bist ja der Verräter Ganz einfach Ich hab dir alles gegeben Du hast von meiner Hand gegessen, Alter Und jetzt kommst du mir vorbei Ja, von der Hand Bro, ich sag dir ganz ehrlich Guck mal, ich hab das letztens auch zu Tobi gesagt Du warst mein Vorbild Ich hab dich sogar auch als meinen besten Freund angesehen Aber sowas geht einfach nicht Hochverrat ist Hochverrat Ja, Bro, weißt du was? Eine Hand, die dich füttert Die beißt man nicht Ja, hier, guck Du kriegst das Essen zurück Komm, komm Du bist doch das Küken Du musst sowieso alles beißen, ey Deswegen kriegst du so langsam nicht mehr was richtig und was falsch ist Dann wanderst du jetzt erstmal wieder in den Bau Ganz einfach Ja, alles gut Ich geh ja rüber Nervt mich nicht Wie kann ich da rein? Du kannst, du kannst Moni gerne sagen Dass du dich ergeben hast So eklig So, Snoopy, du ekliger, Alter So, weiter geht's Alles gut Ja, ja, richtig Ey, diese ganzen Enderperlen Komm wieder runter, ey Das ist so schlecht, Mann Bro, du kannst doch einfach nicht zielen Natürlich kann ich zielen, Junge Ich kann mehr zielen, als du in deinem ganzen Leben gezielt hast, Alter Zielscheibe, Junge Oh, oh, krass, Junge Ich sag dir ehrlich, Bro Wenn du nur ein Haar gekrümmst, Alter Dann kommt wirklich die Hölle auf deinen Kopf, ey Dann geht's wirklich ab, Alter Ja, das ist deine Entscheidung Das ist deine Entscheidung, ob ihr ein Haar gekrümmt wird Sag ich dir ganz ehrlich Ja, ja, Bro, du fängst ja schon damit an Das ist ja das Ding So Du hast schon längst angefangen damit So Kannst du mir eine Sache noch verraten? Warum hat Sue eigentlich euch geholfen? Das ist mir noch ein Rätsel Warum hat er euch geholfen? Sue hat uns nicht geholfen Er hat mir geholfen Weil er mein Diener ist, Junge Ah, ja, okay Und warum hat er das gemacht? Du blöden Mann Weil er mich als Hölkiger anerkennt, als King Und du bist der Knecht, Junge Das wird Zeit Ich werd noch mit Sue reden, keine Sorge Klar, Frieden, sag ich dir ehrlich Ja, ja, richtig So, ja, komm, schwimm, 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 los Ja, Snoopy, hast du Muni gefunden? Sag nichts, sobald sie leistet, leistet Ja, ich hab sie Sie ist schon gefangen Sie ist so Sie wurde gefangen genommen, Timmy Also komm mal lieber mit in den Kast Sag mal, denk dir wirklich, dass ich hol bin oder so? Ja, bist du Richtig Bro, wir haben Snoopy hat Muni sichergestellt Tippi, ich geh jetzt Muni killen Das reicht mir So, gut gemacht, Snoopy Gut gemacht, warte Ja, Mann Wir diskutieren den jetzt mal Ja, komm, du Löffel Mach mal hinne jetzt Mach mal hinne jetzt, du Löffel Ekelig ist dein Mundgeruch, Digga Sei mal leise, du Ekliger Du konntest keine Zähne putzen Ja, alles gut Geil Dass Mutti dich noch küssen will, Digga Ist ja ekelhaft Ja, ja, richtig, richtig Ich hab einen richtigen Fladen reingesetzt im Knast Dass du schön was zu tun hast Hier, komm mit Ja, weiter geht's Ja, tu ich auch Richtig, richtig Ja, das ist der richtige Titel Gut so Ja Los, weiter Nice, nice, weiter so Junge, du kleiner, ekliger Snoopy Ey Snoopy, hast du mal Knochen dabei Dann können wir wie ein Hund anlocken Hier, guck mal, da ist ein cooler Weg Da, hier geht's lang Zack, zack, hier einmal runter Du bist ganz schön langsam, Timmy, ne? Musst ein bisschen mehr Sport machen Ja, ich will nicht Ey, die Entscheidung lassen wir dir auch Willst du Mutti bei dir haben oder nicht? Ja, ey, sag dir ehrlich Du weißt ja nicht mal, wo's lang geht Du checkst ja gar nichts, ey Ja, doch, natürlich Hier geht's weiter Ja, das ist nicht der Weg, du Doli Doch Oh mein Gott Also hier würde man mit einer Elytra besser vorankommen Bin ich ehrlich, aber die hast du ja grad nicht Mal schauen, ob du auch mal eine wieder kriegst Ja, ich bin da drüben jetzt hier Ja, wir schwimmen zusammen gerade Dass du dich irgendwie abhauen willst oder so Ja, das ist schön, das gefällt dir Du hast ja letztens schon nach Hilfe gerufen Wie so ein Baby Ja, ich hab Weißt du warum? Das checkst du ja nicht Ja Sag, wir spielen kannst du nicht, Junge Ja, komm, wir sind gleich Wir sind gleich bei deinem Zuhause Du kannst nur mit Druck mit dir spielen Alles gut, ich hab das schon gecheckt, ey Ja Bro, so eklig, ey Wo ist jetzt dieses Ja, weiterlaufen, weiterlaufen, weiter Schlag mich noch einmal und ne Höllenkriegerarmee wird auf dich draufstehen Die Höllenkriegerarmee gehört mir, du Dulli Ja, gar nix, okay Dann will ich sehen, wie du ne Höllenkriegerarmee führst Ja, ja, das schaffen wir doch So, hier hoch, hallo Tibi Wir sind angekommen Ich bin Hier, dein Airbnb So, wo ist der jetzt? Hä? Er ist irgendwo Hä? Wo ist der Löffel? Wo ist der Löffel hin? Achso, ja, ich hab vergessen Der kann halt nicht zielen, Digga Ja, stimmt, ja, ja, bro So eklig Er paus sich schon Wir sagen dir, wir sagen dir, wo Mooney ist, wenn du hier oben bist, hä? Oh, ihr seid so süß Oh, ihr seid so lustig So, okay, und jetzt einmal hier bei den Kisten Komm her, Timmy Einmal deine Enderperlen-Rüstung ablegen Du kennst das doch Alles rein, alles rein Deine Enderperlen, alles rein Super, gut, gut, fein Gutes Pfiffi, gutes Pfiffi Nice Rüstung einmal ausziehen, bitte Ja, die müssen verhalten meine Grotten auf jeden Fall Ja, essen darfst du noch mitnehmen Deine Spitzhack hast du mir Spitzhack ist drin? Ja, ist drin Super Du bist ja so ein Feini bist du Okay, rein mit dir Also So Ja, und jetzt Ja, was soll das jetzt werden? Wo ist Mooney? Wo ist Mooney, Bro? Ja, willst du, dass Mooney hier auch wieder drin ist? Ja oder nein? Natürlich will ich, dass Mooney da drin ist Okay, diesen Wunsch werden wir ihn erfüllen, Snoopy, würde ich sagen Ja, das werden wir machen, glaube ich Warte mal Mooney, dein Mann ist wieder im Bau Bro Wenn du sagst, wo du bist Darfst du auch wieder Ey, seid der größte Witzmann, das wisst ihr Moment, bei ihm sein Bro, du musst das immer schuld Wenn vor mir ein Zirkus wäre Ganz friedlich Ich würde sogar euch als Clowns bevorzugen Weil ihr wirkliche, richtige Clowns seid Bro, die Clowns vom Zirkus sind bei euch zum Beispiel Warte mal, warte mal, warte mal, Snoopy Hier Mach mal, uh, 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 uh Dann kriegst du Karotten Bro, Karotten, äh Affen essen aber keine Karotten Uh, 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 uh Ja, die essen wir brauchen so einen Bananen, Bro Aber alles gut, Bro Alles zu gut Alles zu gut Mach bis hin, uh, uh, uh Okay, warte, warte, warte Wollen wir ein bisschen Allgemeinkunde lernen, Bro Ja, das ist ein Pferde, Bro Das ist aber auch kein Affe Ja, du bist noch ein Pferd, Bro Geil Geil, geil, geil Ich sag dir ehrlich Ich sag dir ehrlich, Kiro Ich geb dir drei Stunden Und dann wirst du sagen Ja, äh, Höllenkrieger Ich weiß nicht, wie ich den Clan führe Hm, das muss ich mir nochmal überlegen Aber, ähm, guck mal Die Sache ist die In den ganzen Kommentaren Falls du's noch nicht gelesen hast Die fanden das richtig gut, was ich gemacht hab Die finden auch, dass ich der bessere Anführer bin Ich hab das überall gelesen Unter deinem Video, unter meinem Video Überall Ah, zwei Leute, guck mal Er macht seine und meine Community runter Ja, 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 Digga, ja Du hast deinen eigenen Vater erledigt, Bro Und du hast mich Ich meine Vater zu dir, Bro Ja, ich sag dir echt Er denkt, er denkt, er ist wie mein Vater Bro, du warst mein bester Freund Du warst mein Vorbild, sag ich nochmal jetzt Ja, guck mal Aber ich akzeptiere es nicht Ich akzeptiere es nicht, dein Hochverrat Das dulde ich nicht Nenn mich Daddy Nenn mich Daddy Timmy, Junge Hey, wollen wir wieder auf ein Date gehen? Dann geht deine Beziehung vielleicht auch mal kaputt Ja, ey, das ist so lustig, Leute Ja, ey, ein Hölzer kann so witzig sein Oh, der größte Witz ever Geil Oh, der größte Witz steht vor mir Ey, das ist ein Doppelpack, Alter Ja, da sagst du nichts mehr, ne? Ups Ja, oh, jetzt muss man schon abgreifen Oh, voll Ich bin in meiner Base, ach, das ist schlecht Na gut, dann, hä? Oh, hast du Sprühdurchfall? Was? Alter, das hat mir so viel Schaden gegeben Er hat Explosivdurchfall, glaube ich, Snoopy Ja, aber war da Ist ja voll eklig Ich bin in meiner Base, okay Äh, weißt du was? Hat sie irgendwie eine Elytra oder so? Äh, glaub nicht Ich glaube, kannst du Ja, aber die ist kaputt, Bro Kannst du mir deine Elytra geben? Du bewachst Timmy und ich hol jetzt Muni Nein, kannst du nicht gerne machen Super, super, super Ja, Snoopy wird dich bewachen, keine Sorge Ja, ich würde das machen, Timmy Nein, guck mal Und ich hol jetzt Muni Was Snoopy habe ich auf jeden Fall angeschaut Wenn sich Muni nicht benimmt, dann kennst du ja auf jeden Fall die Konsequenzen, gell? Also, bis gleich Ja, okay Bring den Cheeseburger mit dir Ja, mach ich, Digger Okay, Freunde, ich hol jetzt Muni doch mal ab Alter, dass wir dieses Spiel einfach zweimal jetzt spielen mussten So halt Bro, wenn die einfach da drin geblieben sind und sich Timmy von mir verbeugt hätte Ganz normal und mich als Anführer hätte anerkannt Dann wäre das doch alles so weit gar nicht jetzt gekommen Dann kriegt nämlich Timmy wieder seine ach so geliebte Muni Für die er doch alles tun würde Sogar die Höllenkrieger aufgeben Ihr wisst es Bescheid, Leute Das dulde ich nicht Das dulde ich einfach nicht Das ist Hochverrat, was er gemacht hat Muni Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hallo? Oh Mann, was Was hier von dem ganzen Zeug ist ihre Base, Digger? Hallo? Rathaus vielleicht? Ist das Rathaus als Base gemeint? Was ist deine Base? Hallo? Hier unten vielleicht? Oh, die farscht mich doch Meine Geheim Base! Ah! Okay, also soll dein Haus gesprengt werden Ich verstehe Wenn du in 5 Minuten nicht da bist War's das? So, 5 Minuten Nein, ich komme Ich wusste, sie knickt ein Ich wusste es, Digger Ich nehme jetzt hier ein paar Karotten noch mit Ich pflanze aber auch nach Guck mal, ich bin ein guter Höllenkrieger Ich bin ein sehr, sehr guter Höllenkrieger Ich pflanze hier alles schön nach Das kann mir keiner was nachsagen Es ist jetzt halt dunkel Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof Aber schon okay So, Raketen gibt es dann auch gleich Nun können wir nämlich eskortieren Ich habe nämlich alles dabei Ich habe TNT Ich habe die Elytra von Snoopy Jetzt muss ich nur auf den Mundi warten 5 Minuten hat sie Zeit Jetzt fange ich gleich an, überall TNT zu platzieren, Leute Es wird sonst hässlich Aber ey, check Kiro? Ah, da bist du ja Ne Elytra hast du nicht zufälligerweise? Ne, habe ich nicht Okay, dann leichte jetzt die von Snoopy Und ich eskortiere dich wieder zum Gefängnis Hier, bitteschön Du kennst das Prozedere jetzt mittlerweile, glaube ich, oder? Also, mir nach Dankeschön Hallihallo Guck mal, Moody ist da Einmal die Elytra Snoopy geben Gib mir die Elytra wieder Moody sofort So So, und jetzt deine Items einmal in der unteren Kiste ablegen Alles komplett da rein Egal, welche Enderperlen, Rüstung, etc. Ihr wisst Bescheid Ja, wenn sie rennt, ist sie ihre Base weg Wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie rennt, ist sie ihre Base weg Das wird sie nicht tun Bro, Kiro, was ist deine Mission? So, dass du dich vor mir verbeugst Digga, krieg jedes Mal diesen Obsidian-Block Ne, das ist krass Ich habe den nicht Ey, das warst du Ey, alles gut, ich komme wieder hoch Bleib drin, bleib drin Ich bin's doch, Bro Bleib da jetzt, geh da wieder rein Ich bin's doch, Bro Ja, alles gut, Mann Hier, Pritz-Marie Ja, los, los Jetzt komme ich nicht da hoch Geht nicht, hallo, geht nicht Ist das ein Holzkopf? Geht mal ein bisschen lernen, ja So Du bist da runtergesprungen, Timmy Dick und doof, ich sage es dir ehrlich Das ist dick und das doof Ja, du bist dick und doof Das ist doof und doof Das ist, Moni, das ist extrem und das ist dumm Darf ich vollständig extrem dumm Das ist sehr interessant Also, die Regel bleibt immer noch gleich, Timmy Bis du dich vor mir nicht verbeugst Bleibt ihr beide hier drin Ich werde mich nicht verbeugen Auf immer und ewig Bis euch der Tod euch scheidet Warte, hier ist links und da ist rechts Guck mal Hast du das gesehen? Ey, Sophie, Sophie, wirklich Lass einfach hier so einen Rahmen bauen Dann haben wir hier so einen Fernseher, Alter Wirklich, so RTL oder so Hey, was will er, was will er, Alter Ist so Und ich habe auch eine Frage an die Noobkrieger da draußen Aha, guck mal, jetzt Guck mal, er verleugnet jetzt sogar die Höllenkrieger als Namen, Digga Ja, ich bin der wahre Höllenkrieger Ich bin der Einzige Gar nichts bist du Ihr seid Noobkrieger, Alter Ihr wisst nicht mal, was die Hölle ist, Alter Ihr habt den gleichen Namen, du Junge Ihr denkt, das ist das Paradies, Alter Ihr ekligen Richtig, wir haben das Paradies ja auch erbaut, ohne dich Ihr seid vom rechten Weg abzukommen Ich sage euch ehrlich Ihr seid komplett falsch, Alter Ihr habt eine Biege gemacht Du hast für Muni alles aufgegeben Du hast gesagt, die Höllenkrieger, das war's wegen Muni und so Ich habe die Bestimmung meines Lebens gefunden Meine Bestimmung ist Muni, Alter Ja, also, da brauchst du ja die Höllenkrieger nicht Du Sömmelknädel, Alter, was willst du sagen? Du Sömmelknädel, Alter Red mal richtig, Junge Ich bin langsam mit dir Ja, Alter, ich mache Semmel aus dir Ich mache Krapfen aus dir, Digga So schaut's aus, Junge Alter, du, du Klobrühe, Alter Klobrühe, jo, 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 jo Was ist denn das zu dir gesagt? Das ist crazy, Digga Aber weißt du, er ist eigentlich Er ist auf einem Rang wie die Toilettenputzer, Digga Die Toilettenkrieger Und dann kommen beide angekrochen und werden sagen Wir Moinkrieger, alle machen uns fertig, weiß nicht, wie wir das machen sollen Und wer hat denn die meisten Herzen von denen Und wer hat alle angefühlt damals Und wer weiß strategisch alles Ich natürlich Du bist die Königin Weißt du, Snoopy, hörst du, was er redet? Deswegen habe ich Beule rekrutiert Deswegen habe ich Elina und Gambo festgenommen Wo warst du denn? Du, 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 du Du, 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 du Du hörst mir jetzt mal zu, Kiro, Junge Ich sag dir ehrlich Boile hat in seinem eigenen Video gesagt Dass er eine Vendetta gegen uns machen möchte Indem er einfach so tot Als wenn er gut mit uns wäre Aber du, Holzkopf, checkst das anscheinend nicht, ey Ja, ja, ja Du bist kein Anführer, Junge Du bist ein Mieter, der einfach nur machtsüchtig ist, ey So ist das Was? Was? Man kann nicht mit Moni vergleichen, Alter Beide fliegen, beide ist Mädchen, Mann Also ganz ehrlich, Timmy Sie greift dich an, weil sie ist kein Mädchen Ja, richtig, richtig Und ich kann halbe Steine nicht ernst nehmen Wir haben, warst du, Blödmann Wir können nicht an Labertraut gehen Ey, da merkt man wirklich, das ist dick und doof Hier, hier ein bisschen Ach, ein bisschen Oh, oh, ah, ah, komm, komm Oh, oh, ah, ah, komm Die Banane ist in deinem Kopf Digga Oha, die Cinelle macht Peng, Digga Bang, bang Hast du irgendwie Ah, ich kann zumachen, dann muss ich nämlich dir ein Gesicht da nicht sehen Warte, wir machen wieder auf Servus Alles frisch oder was? Alles gut, Bro Privatsphäre, die gibt's hier nicht Die gibt's bei den Höllenkriegern nicht Ey, ihr seid so nervig, Mann Lasst uns doch mal die Privatsphäre jetzt in Ruhe Okay, ist so viel, ist so viel Lass uns alleine jetzt, Alter Warte mal, wer ist gerade so online? Army ist jetzt auch online, Bro Das ist super Warte, warte, warte Ey, ja, ja, wir gehen Ja, dann haut ab jetzt, Alter Okay, wir hören dir jetzt mal zu Wir hören dir jetzt mal zu Weg Warte, wir weg Bitte, bitte sollen wir, dass wir weg sind Bro, ihr seid über uns Oh mein Gott, wie schlecht kann man sein Bro, wie schlecht kann man sein Ja, was habt ihr denn zu besprechen? Wir haben uns Karotten gegenseitig gegeben, Alter Oh, ihr seid wie Villager, wo seid ihr jetzt euer Kind? Bro, Alter, lass uns Villager machen auch sowas Okay, warte, warte, warte Ich hab eh keinen Bock mehr, mit euch zu reden Ja komm, komm, ich bin weg Nö, 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 nö Die gehen bestimmt nicht weg Die gehen auch nicht weg Die sind zu blöd dafür Die sind weg Boah, ich wünsche ich hätte so einen langen Arm und könnte mal eine Kiste greifen Das wäre richtig gut Das geht nicht Was machen wir jetzt, Muni? Ich glaube, wir sind hier gefangen, Mann Das Ding ist, ich will hier nicht raus Weil, guck mal Wir hören jetzt zu, Freunde Ich glaube, ich glaube, weil sie planen so oder so wieder ihren Ausbruch. Okay, wir hören den Plan. Dann wird er sich verbeugen, Freunde. Okay, okay, okay. Okay, sie geben auf, sie geben auf, Freunde. Bro, sie geben auf. Ja, ganz so. Oh, er lockt sich aus, er lockt sich aus, Freunde, er gibt auf. Er gibt auf. Ich mach Rage-Cut, aber ey, drei Tage gebe ich dir. Drei Tage, ja, drei Tage hast du Zeit, um dich da zu verbeugen, richtig. Weil sonst, weil sonst, sonst, sonst war es das mit euren Nights, die Kisten werden gesprengt, angezündet, alles weg. Okay, wenn das deine letzten Worte sind, Bro, wenn das deine letzten Worte sind, dann rein, ja? Ja, jetzt geht's, ich bin, ich brauch dich, man. Ja, richtig, richtig, alles für Muni, richtig, alles für Muni, ja, ja. Oh nein, Leute, und ich und Muni halten immer zusammen. Okay, du bist auf damit. Tschüss. Tschüss. Es wird dich weg. Ja, Hölle-Krieger, Hölle-Krieger, Hölle-Krieger. Ey, was wird das hier? Ja, komm, lock dich auch aus, lock dich auch aus. Es wird euch eh jetzt keiner mehr holt. Steinchen ist jetzt auch hier, alter Snoopy. Nachdem sich die jetzt ausgelockt haben, Alter, was, wo, bist du gestorben, hä? Die haben sich jetzt ausgeloggt. Simi und Muni, Alter, die sind einfach eingeknastet worden. Das ist so geil, Bro. Warum machst du sowas, Bro? Egal, Steinchen, wo warst du? Bro, sowas machst du nicht. Leg die Chicken Nuggets weg. Sumi, du bist der Beste. Guck mal, guck mal. Ich weiß nicht, Beule ist ja wirklich schon ein Schwächling. Deswegen, ich sag's dir jetzt auch, nachdem du auch endlich mal da bist. Denn es gibt natürlich auch noch dann ein Turnier oder, sag ich mal, ein Auswahlstechen, wer mal die rechte Hand werden will. Checkst du? Ihr werdet nämlich euch dann so gegenseitig ein bisschen bekämpfen. Ich baue da so eine schöne Arena. Ihr wisst Bescheid. So, Beule, Beule gegen dich, gegen dich und so. Also, ich weiß nicht, aber Beule ist halt noch schwach. Er ist halt noch Göln-Krieger auf Probezeit. Das dürft ihr nicht vergessen. Kick den, Bro. Kick den direkt. Ja, deswegen, ich glaub halt nicht, ob er direkt meine rechte Hand werden kann. Ich seh bei euch eher die Chance. Aber das müssen wir noch alles rausfinden, Jungs. Ja? Stinkt die, oder? Dann kriegst du jetzt halt meine rechte Hand ins Gesicht. Guck. Bam, Junge. Ja! Ja, warte, warte, warte. Chill, 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 chill. Ja, ja. Rainer hat mir gerade geschrieben, kommt mal zur Alpha Tower, ich hab eure Skins. Warte, 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 lass durch, lass raus, lass raus, lass raus. Okay, ich stell jetzt mal Alpha Tower. Boah, es ist real, wir kriegen unsere neuen Skins. Bro, seid ihr gehypt oder was, Alter? Wir kriegen unsere Skins endlich. Ja, Kero, alles deine Schuld, dass wir die Skins erst jetzt willkommen. Was, wieso meine Schuld? Ja, weiß nicht. Wenn Timmy jetzt doch der Anführer wäre, dann hätten wir sie wahrscheinlich gar nicht bekommen, Digga, sag ich dir ehrlich. Hey, Randy, huu. Warte mal, es ist so dunkel hier. Wo sind unsere Skins? Ja, ist echt dunkel. Wir wollen die Skins haben. Also, du hast die Skins fertig gemacht, Randy, das ist doch mal eine schöne Nachricht. Ja, sehr, sehr cool. Wo ist denn Timmy? Ja, das, äh, Timmy, Timmy ist gerade shoppen, egal. Zeig uns mal die Skins. Ja, der macht so Höllenkrieger-Zeugs und so, weißt du? Ja, ja, er ist beschäftigt. Wollt ihr nicht, dass ich euch allen gleichzeitig geschehen habe? Nee, weißt du, wir sind alle fein damit, dass das so einzeln gegeben wird. Das ist ja auch okay. Aber einzeln ist es ja jetzt nicht. Ja, wir sind doch zu dritt hier, also ist ja wurscht. Ja, ja, passt auf. Okay. Timmy ist beschäftigt, meine ich. Okay, also, eigentlich hatten wir das ja so abgemacht. Dass wir für Informationen über das Ei quasi, ähm, die Skins austauschen. Korrekt! Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr wirklich gar keine Informationen darüber habt. Hä? Beratungs-Beratungsgespräch einmal herkommen. Ach, Digga, scheiß auf, scheiß auf, scheiß auf, scheiß auf, scheiß auf, also okay. Wir sagen dem, wir haben Informationen, okay? Ja, ja. Und die Information ist, dass das Ei schwarz geworden ist, okay? Ja. Aber wir halten den so lange hin, bis er die Skins gegeben hat. Checkst du? Ja, ja, alles klar, alles klar. Ja, ja. So, also wir haben definitiv Informationen über das Ei. Deswegen aber die rücken wir erst raus, wenn wir die Skins haben. Jungs, ich glaube, guck mal, das Ding ist, ihr braucht mich nicht anlegen, es ist okay. Irgendwann nicht. Ich mach das so, ich mach das gerne, einfach so, weil ich will ja auch nicht, dass es die ganze Zeit Krieg gibt und sowas. Und deswegen denke ich mir, ey, ich geb euch die Skins so, weil ich, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass... Ohne, will der ein Höllenkrieger werden? Aber das ist auch okay, das ist okay. Braucht jetzt auch nichts sagen dazu. Boah, guck mal, Rainy will doch ein Höllenkrieger werden, glaube ich. Nein, auf gar keinen Fall. Hä, wie? Die Skins sind schon echt krass geworden, Leute. Ja, sei ehrlich, boah, ich bin so... Digga, du kannst mich nicht so hochreiben jetzt. Also, wo sollen wir Schattenkrieger-Base? Wo ist sie? Wo ist sie, Rainy? Let's go. Ey, Jungs, ich weiß selber auch, wo die ist, aber wir tun mal so, als wüssten wir das nicht. Okay, ich bin... Ey, wenn der wirklich so eine große Ankündigung macht, hier so ganz uns zu sich, nach Hause einlädt, dann muss das krass sein. Oha, ey, die haben sogar hier voll den Eingang gemacht jetzt. Oha, okay, oha. Ich würde die weiß abgucken, no? Ich würde die abgucken. Ey, K.U., du kennst das hier doch schon. Tu man nicht so. Das stimmt, du warst ja dabei. Das habe ich gerade kurz vergessen. Egal, Jungs, Jungs, willkommen bei den Schattenkriegern. Ihr seid euch sicher, dass Timmy jetzt nicht dazu kommt? Nein, Timmy ist nämlich sehr krass beschäftigt. Weißt du, womit? Ich verrate es dir jetzt. Weißt du, weil du willst uns hier ein bisschen Vertrauen schenken. Wir geben dir auch ein bisschen was, ja? Timmy ist damit beschäftigt, die Höllenkrieger zu verraten. So. Falls du es noch nicht komplett mitbekommen hast, weil es hat sich ja eigentlich schon rumgesprochen. Ich habe ihn entthront. Ich habe ihn eingesperrt bei uns. Und ich bin der neue Höllenkriegernführer. King, K.U. King, K.U. King, K.U. King, Snoopy, King. Ja, richtig. Ich kenne Snoopy. Ja, ich habe Timmy nämlich eingesperrt, weil er uns verraten hat. Nein, wir haben uns nicht gegenseitig verraten. Er hat gesagt, ich löse die Höllenkrieger auf. Und weißt du, für wen? Für Muni. Bloß für Muni. Aber wir tragen den Namen Höllenkrieger mit Stolz. Und deswegen habe ich ihn entthront. Und ich bin jetzt der Anführer geworden. Ganz einfach. Richtig. Deswegen, du kannst ihm auf jeden Fall die Skin-Datei mir geben. Weil den hat er sich auf jeden Fall erst verdient, wenn er sich von mir verbeugt hat. Weil er bleibt so lange da drin, bis er sich verbeugt hat und mich als Anführer anerkannt hat. Verstehst du? Ich gebe ihm die lieber persönlich tatsächlich. Hey. Man muss das auch hier vor Ort machen tatsächlich. Ihr seht ja hier. Ach, das geht gar nicht anders. Oh ja, okay, dann verstehe ich das aber. Aber Bro, du weißt ja gar nicht mal, wo er ist. Wer von euch möchte als erstes? Ich, ich, ich. Wir meinen von den beiden. Du suchst aus, Bro. Also, du musst hier einfach, du musst einfach hier runterspringen. Ja. So. Und dann kommst du da raus. Dann ziehst, da sind deine Sachen schon bereit. Dann ziehst du dich um. Und dann kommst du vorne raus, ja? Boah. Nein, deswegen gehst du ja da rein, hä? Ja, genau. Du hast echt einen Stein im Kopf. Viel Spaß. Oha. Hä, was passiert mit ihm? Was schreit da? Hä, was ist das? Rani, was machst du mit ihm? Rani, was machst du? Aber was schreit denn da drin so? Hä? Das ist das normal, das ist normal. Ja, hoffe ich will. Ich freue mich. Bro, der hat bestimmt da an die Falle gestellt. Das zieht alles uns Reitems aus. Und der will dann uns ent... Bro, wenn du mir nicht sofort erklärst, was da geschrien hat. Äh, äh, was ist mit ihm? Was passiert da? Steinchen, geht's dir gut? Alles gut, alles gut. Der kommt dann gleich raus. Steinchen! Nicht zu nach an, nicht zu nach an. Da ist er schon wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Wie krass sieht das aus, Digga. Ey, wie krass. Wow. Bro, guck ihn dir an. Er hat wirklich... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Hab ich euch zu viel versprochen? Digga, Reini, was geht? Das sieht aus wie eine hellen Gottheit, Digga. Alter. Oh mein Gott. Bro, Snoopy, schnell, du als nächstes. Komm, komm, komm. Ja, okay, okay. Zieh dich um, Digga. Ich sag euch ehrlich, ihr werdet sehen. Ihr werdet erstaunt sein. Okay? Ihr werdet sehen, Leute. Ich werde krass aufsuchen. Oh, wir werden sehen. Digga. Snoopy. So, ich geh jetzt mal rein, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist er schon wieder. Nein, es passiert doch nichts. Es ist doch alles gut. Es ist doch allverständlich, es ist doch auch rausgekommen. Ja, aber warum erklärst du mir nicht, was da so rumschreit, Mann? Er schreit nix rum. Oh mein Gott. Ey, aber er hat keine Muskeln. Ich seh da aber nichts, Digga. Ja. Ja. Da ist ein Nippel. Hä? Ja. Der ist ziemlich weit rechts von seinem Körper. Leute, ihr dürft nicht mit mir sprechen. Alter, Stoopy. So fresh sahst du ja noch nie aus. Oh yeah. Alter. Leute, ich bin zu krass für euch. Stoopy ist einfach so hart oder sowas. Digga, real talk. Guck mal, was die Dörer hat. Okay. Okay, Jungs, Jungs. Crazy. Alles klar. Warte mal. Ist das Chicken dran, oder was? Ich zieh mich schon mal hier ein bisschen aus, Digga. Seht ihr mich? Ja, okay, okay. Okay, das ist mein fresher Fit gewesen, Alter. Let's go. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Freunde, Freunde, Freunde. Jetzt geht's richtig ab. Okay, drei. Zwei. Und rein. Okay, okay, okay. Ich bin ready. Seid ihr ready da draußen? Oh mein Gott, Bro. Alter. Ich hab richtig Muskeln bekommen. Ich hab eine richtig fette Hühnerbrust. Alter, Bro. Junge. Macht ihr es gut geworden? Ey, Digga, die sehen richtig krass aus. Nee, aber weißt du, was das Problem ist? Wo sind meine Muskeln? Wieso hab ich keine? Du hast Muskeln. Die hast du nicht verdient. Na, guck mal, wie du nicht bist. Oh mein Gott. Bro. Freunde, meine Augen. Guckt euch das mal an. Ey. Mit dem Helm und so. Ich seh richtig gruselig aus mit meinen Augen, Alter. Wow. Ja, okay. Digga, er hat die ganze Zeit nur Cardio gemacht, sag ich ehrlich. Er ist die ganze Zeit in Defi-Phase gegangen, obwohl er nicht mal aufgebaut hat. So, da kann ich nichts für. Da kann ich nichts für. Ja, okay. Ich glaub, das war nicht. Das macht gar keinen Sinn. Ja, okay. Digga, aber Steinchen. Ey, Steinchen hat mal echt mal richtige Textur, Alter. Das ist great. Aber ey, lass mal nebeneinander hinstellen, so. Oh, ich seh am krassesten aus, Leute. Digga, warte, warte. Warte, ich leg auch noch hier alles ab. Jogi. Ey, Leute, schreibt mal. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie sick ist das, Alter. So, jetzt, äh, du musst mir eine Frage mal beantworten, Rainy. Ja, bitte. Wenn du Timmy den Skin geben möchtest, wie willst du das machen? Du weißt ja nicht mal, wo er ist. Er müsste hier hinkommen, ja. Es wäre ganz gut, wenn du, wenn ich, ich will ihn generell mal sehen. Was, also, du hast ihn jetzt einfach eingesperrt oder ihr habt ihn zusammen eingesperrt. Also, wir haben ihn eingesperrt, richtig. Dann ist er freigekommen, durch die Hilfe von Sue übrigens. Und, äh, also, ja, ich würde mal deinen Schattenloser-Bruder da mal ein bisschen unter Beobachtung halten. Greif uns lieber jetzt nicht an, wir sind zu dritt. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen, ich seh mal über den Schlag hinweg, okay? Ähm, genau. Also, Sue hat ihm auf jeden Fall zur Flucht geholfen. Aber wir haben sie wieder gefunden, weil, Bro, äh, Tim, was hat Timmy da nochmal gesungen für Mooney irgendwie? Das war so unangenehm, sag ich dir. Er hat, er hat Mooney irgend so ein Lied vorgesungen. Das war so peinlich, Bro. Das war so unangenehm. Auf jeden Fall habe ich dann gedroht, dass ich alles wegspringe. Also, ähm, ja. Und, und, dass ich, dass ich Mooney halt auf jeden Fall verfolge und, und kille die ganze Zeit. Und dann hat er sich wieder ergeben wie ein braves Hühnchen. Mooney ist auch eingesperrt dabei, Timmy, weil die sind ja auf immer und ewig zusammen. Ich mein, Timmy hat ja alles aufgegeben für Mooney, also sollen sie auch für immer da zusammen verrotten. Ende. Ja, wirklich. Okay. Aber ich seh schon gruselig aus mit meinen neuen Augen, oder? Nein, ich hatte. Ich würd echt gern mal sehen, wo die sind. Und, äh, mit Timmy mich selber davon überzeugen. Ey, ich sag mal, ich sag mal ganz ehrlich. Du, also, du hast schon, du hast geile Skins gemacht. Du hast, äh, sie uns gegeben, auch, obwohl du jetzt keine Informationen über das Ei hast. Auch wenn wir tatsächlich Informationen haben. Aber, ähm, aber ja, ich zeig dir gerne die Position vom Gefängnis. Aber, wie du sehen kannst, ist das Timmy nicht online. Also, ja. Du musst dich dann später halt mal abpassen, wenn's so weit ist. Ey, zwei Snoopies! Oh. Rainy, ich hab ne Bezahlung für dich. Wer ist der echte Snoopy? Hier, ne Bezahlung für dich, Bro. Aber, äh, Rainy. Ich will die Snoopy niemals tun. Ja? Sei dir eins gesagt, wenn du Timmy irgendwie befreien willst oder Mooney, dann kannst du wirklich Tschüss zu seiner Schattenkrieger-Base sagen, okay? Ich werd alles sprengen, wenn du ihn befreist. Das sollte dir sicher sein. Warte, ist das, ist das nicht in eurer Base, wenn ich das, das ist schon, das ist schon in eurer Base, ja? Das ist bei uns im Nether, richtig. Ah, ja, okay. Natürlich, weil, äh, ja. Wenn deine Base weg ist, dann ist eure Base auch komplett weg. Ja, Bro, das ist, also guck mal, also guck, Rainy, wir haben beide genau gleich viel zu verlieren, wenn du Timmy befreien solltest. Also, du wirst sie nicht befreien. Wir haben hier noch nicht wirklich angefangen zu bauen. Ich glaub, eure Base ist ein bisschen drüber. Also, ich glaub, dieses ganze Moss hier auf dem Boden zu tun, hat schon lang genug gebraucht. Ich glaub, das hat mich die Hälfte der Zeit von eurer Base gedauert. Ja, also, also, ja, ich, ich versteh, ich geb dir recht und so, bla, 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 können wir das jetzt überspringen? Ich zeig dir einfach, äh, ich zeig dir einfach das Gefängnis, du befreist sie nicht und wir gehen in den Handshake, okay? Können wir uns einmal gegenseitig vertrauen, ist das möglich? Ja, wir vertrauen uns doch, Vertrauen. Okay, hier, die Perle des Vertrauens. Das sind normale Länderperle. Das ist die Perle des Vertrauens! Also, also, ich zeig dir jetzt das Gefängnis. Vielleicht stecken wir dich auch da rein. Ja, Rainy! Nein, ich könnte nicht fliegen, warte, 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 warte. Rainy, du gehst da rein. Du kannst da rein. Ja, wir, Junge, Digga, super, ey, okay, ja, ich, ja, ehrlich, das ist so krass, ne? Zeig jetzt Rainy wirklich die Festung, beziehungsweise das Gefängnis. Schau mal. Oha! Krass, oder? Toll. Leute, ihr geht alleine, ne? Wir sehen uns. Tschüss. Okay, ciao. Willkommen bei uns daheim. Rainy Reinholds. Wo ist das jetzt genau? Folgt mir einfach mal, bitte. Und hier einmal runter. Hier siehst du schon die Festung. Okay. Und rüber. Bab, Junge. Hahaha. Habt ihr nie... Was? Bro, das hat echt lang gebraucht. Also, Beule, Eiferscheinchen und ich haben hier eine komplette Nacht gebaut. Die größten Idioten haben die krasseste Base. Ja, re-talks, so. Ja, komm, lass ein bisschen Roomtour machen. Lass mal hier in die große Halle, die musst du noch sehen. Bro, die ist richtig krass geworden. Die hat tatsächlich Muni gebaut. Also, die erste Hälfte hat Muni gebaut. Guck dir das mal an, Alter. Was sagst du? Das ist schon geil, oder? Okay, das ist krass. Ja. Das ist schon heftig. Diese Kronenleuchter. Und jetzt zeige ich dir... Jetzt ziehe ich dir Kreativität in euch. Warte mal, warte mal. Jetzt zeige ich dir noch was ganz Spannendes. Oh, tschüss. Die Lava macht mich stark. Ich habe gleich Kreativität. Nein. Ich überlebe das hier. Guck mal, nichts. Ich kriege keinen Schaden, gar nichts, Bro. Ich habe KFC. Nein, kein KFC. Lofti wird auch nie einen bauen. Ganz einfach. So, willst du jetzt das Gefängnis sehen? Ich würde gerne das Gefängnis sehen. Dann spring in die Lava. Jo, er macht wirklich. Achso. Ich dachte, ich muss in die Lava springen. Okay, krass, krass, Alter. Du meinst das also wirklich ernst? Du willst unbedingt zu Timmy. Also, ich zeige dir jetzt, wo das Gefängnis ist, Dickie. So. Gucken mal. Warte mal, ich muss das hier mal kurz wegmachen. Sind die eigentlich drin? So, da sind die drin, richtig. Und es gibt hier auch gar keine Fluchtmöglichkeiten oder so. Bro, man kann einfach mit der Hand das abbauen. Nein, Bro, das bringt überhaupt nichts. Es ist eigentlich immer hier jemand... Also, es ist hier immer bewacht, sage ich dir ganz ehrlich. Aber weißt du was? Du bleibst jetzt da einfach drin. So, Freunde, wir haben Reini jetzt einmal da drin. Und guckt euch nochmal diesen Skin an. Im Nether kommt der nochmal richtig krass zur Geltung. Bro, richtig, richtig geil. Wenn ihr das auch so gefeiert habt wie ich. Und ihr auch morgen sehen wollt, dass sich Timmy verbeugt vor mir. Dann lasst auf jeden Fall ein Like, Abo und Glocke aktivieren. Und dann lasst auf jeden Fall ein Like.